So, und um dem Penissaugertrend jetzt mal entgegenzuwirken hier. An jeden Hurensohn, der mein Video liked, ich komm zu dir nach Hause und jag dich mit der kühler Figur meines Maibachs. Ich schwör auf die Hügel. Und hört mal auf euch zu biefen, was ist das? Jeden Tag lese ich, ich komm zu dir nach Hause, ich fick dich, keine Ahnung was. Als ob ihr es wirklich machen würdet, ganz im Ernst. Fickt euch alle. Yo, fäure Manga. Lass mal den ganzen 14 Kindern da draußen zeigen, wie man rappt, Alter. Heute mit Skamahanga auf den Track und bevor ich mich prägt, ja, wo meine Ahnung, du hast recht, yes, und ich lege keinen Wert auf die Drops von euch an, weil ihr überflüssig seid, wie der Großteil mit dem Dance. Ihr machte Stracks, die ich im Freestyle rockte und battlet damit höchstens meine Schuhe bei Knochen. Ihr seid mies am Kopsen, mies im Rotlicht, doch wir verlor an uns mit den Zitzen bei Umi. Komm mit nem siebenen Arm, lieber fahr dich jetzt ins Koma, dann gibts nen heftigen Drop. Du beim Markt mit Kodas, Gakamanga. Gib mir bitte fix die Whiskyflasche, die ich nach zerschlagen an dem Tisch in deine Bitch schnell rammle, jetzt mal im Brand. Seid ihr Rapper oder Tantra-Potzen? Erst wollte ich werden, dann ich liebe dich, mein Schatzi posten. Würde deine Freundin mich sehen, wärst du Singlespassi, denn sie feiert einfach übertrieben meine Szene passen und Lemonades, schau wie deine Schwester fährt. Denn die beiden finden hier das Gang von diesem Trash-Rap-Gate. Gakamanga und der Bankreich, die Dexter-Rap-Connection. ав�s-Rap-Connection. Die Sto-Pro, die Kitschko haben die Doktor, der eine, nein, jetzt rost, so. Wo war ich? No, was soll diese Opfenschau? Hier haben einige den Kopf verlockt und nicht gleich den Kopf geschauen. Euch Nazis hat der Esel im Galopp verloren. Yo, Bankster, yeah, man, weiß nur mal den Besser-Schräger, der wird an den Facebook-Gangstern. Wenn ihren fucking Facebook-Gangstern ist, wenn ihren fucking Facebook-Gangstern ist. No, hate men, hate men. Pocain und Lemonade, schon wie wenn ich werfe, wenn die Leute ficken, ihr will das Gang von diesen Trash-Rap-Games. Ja, Ramanga und der Bank's gleich, die Gangster-Rap-Connect. 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 For Dark Crack Yes, yo, yo Der Tag durch den Martin reicht durch die Hände Liebt euch Schwuchtel Scaramanga und der Bankster, echte Gangster-Rap-Connection Du bist so wack wie ein Fernsehtestbild Du bist so wack wie ein Fernsehtestbild